So wie ist die 6er? Ich bekomme hier bei Annalythe in... was? was ist das? Was immer? PS4, ähm, tja, Angezogtheit PS6, so, und ja, es war eine Beta-Version die ging nur vom 17. bis 20. November 2021, also vor der Mission kommt noch, oder was? So, quasi wie eine Demo, die nur um ein Wochenende ging. Ja, Kampffspiel, klassisch halt. soja sieht schon besser aus als die anderen 2d bitmap aber ja ich kann ich erst mal hier die charaktere erst mal hier angeguckt und dann kann ich jetzt erst mal gleich gegen computer und dann käme ich auch gleich datum ging ja seit neuesten ging online leute halt ja und ja aber versucht so was heißt ich konnte ja die special tricks so lieber street fighter mole kommt versucht irgendwie um zu machen aber irgendwie hat das nicht alles so ganz so funktioniert ich mir gedacht hatte also jetzt hier die computer gegner ja ist ja klar der zweite player der gegner kann nichts sage ich mal ja online ja die erst mal gespielt war klar punkt punkt teilt ja ja da könnt ihr selber noch gucken trotzdem fand ich noch ganz in ordnung naja so tja zu sagen naja naja aber hier so bieten abstechen noch besser hier ist ja hier so 2d format als wie in 3d oder wort und mal sage ich mal auf der muscheln hier von links nach rechts gehen halt naja sprechen müssen weiter muss erst mal alles können wir wie man genau welche sachen macht das akamuten kommen mit wo ich ja recht gut drin bin aber hier naja ja so genug geschwafelt so könnt ihr gucken wie gesagt hier als gegen computer gegner hat und dann gleich käme ich noch hier gegen online leute halt und ja trotzdem kommt darum hoch für das spiel guckte ich noch der rest noch an der partie mit ein paar andere videos zu machen so das ihnen sage ich mal heute schon einen schönen tag und immer schon mal einen kanal liken hier und sage ich mal wieder bis nächstes mal nicht schließlich geld war ok bis dann ja 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 es ja Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.